Mein Ex-Freund Adrian hat zusammen mit dir einen Dämon heraufgeschwommen. Meine Diener, das bringt mir Herzen. Und dabei bist du gestorben. Ja. Und jetzt muss ich uns alle retten. Ich bin Nageldesignerin und ich kann Ihnen helfen. Du kannst dich mir nicht entziehen. Ja, genau. Ich habe gedacht, das ist hier mein Traum.